Nils, grüß dich. Hi, Christian. Ich habe eine Frage. Wenn ich jetzt merke, ich habe zu wenig Wasser, Kühlflüssigkeit im Motor, im Ausgleichsbehälter, kann ich einfach nur Wasser nachfüllen? Also das sollst du eigentlich nicht tun, denn damit verdünnst du ja quasi das ganze Kühlmittel und dadurch kommen wieder die ganz normalen Probleme, die man hätte, wenn man mit purem Wasser fahren würde. Wir haben einfach Korrosion und das kann vielleicht im Winter dann auch gefrieren und das ganze System zerstören. Deswegen, immer wenn man nachfüllen muss, nimmt man entweder das passende Kühlmittel mit der passenden Spezifikation und mischt das mit Wasser oder wir bieten natürlich auch einen Ready-Mix an, den ich ohne zu mischen einfach so einfüllen kann. Danke. Gerne. Was es dazu noch zu sagen gibt, ist, dass es eben ganz wichtig ist, immer die richtige Spezifikation zu wählen, denn die gibt der Hersteller vor, die steht vielleicht im Handbuch oder steht sogar auf der Kappe drauf und die muss man immer eben auch auf dem Kühlmittel eben finden. Also gibt es verschiedene Qualitäten der Kühlmittel? Auf jeden Fall gibt es verschiedene Qualitäten. Da muss man darauf achten, dass man eben das passende Kühlmittel verwendet. Was mich mal interessiert, muss man eigentlich genau wie bei einem Ölwechsel auch mal das Wasser wechseln? Genau. Das Wechselintervall von so einem Kühlmittel, das schreibt auch der Hersteller vor, muss man dann mal schauen in seinem Serviceheft oder eben auch bei der Inspektion, weist einem die Werkstatt darauf hin, wann das Kühlmittel gewechselt wird. Das variiert natürlich von Fahrzeughersteller zu Fahrzeughersteller. Da gibt es ganz unterschiedliche Wechselintervalle oder auch Prüfintervalle, denn nicht immer gleich muss es gewechselt werden, aber man muss es einfach mal überprüfen. Das macht dann auch die Werkstatt, das macht der Fachmann, der überprüft, ob zum Beispiel der Frostschutz noch gegeben ist oder ob man es vielleicht auswechseln muss. Jedes Auto benötigt früher oder später einen Kühlmittelwechsel. Wann es soweit ist, kannst du ganz unkompliziert über unseren Rove Ölwegweiser herausfinden. Dazu wählst du deine Automarke, dein Modell und deinen Fahrzeugtyp aus. Oder wenn du einen Fahrzeugschein hast, kannst du die entsprechende Nummer eingeben. Und schon verrät dir der Rove Ölwegweiser, wann es Zeit ist, dein Kühlmittel zu wechseln. Ganz einfach. Aber für mich jetzt mal, wenn ich jetzt ein älteres Auto hätte, was vielleicht jetzt nicht mehr so regelmäßig auch die Inspektion zu sehen bekommen hat und ich kann im Ausgleichsbehälter sehen, dass das Wasser rostig ist, dann wäre es doch eigentlich mal an der Zeit, das Wasser zu wechseln. Also spätestens, wenn du rostiges Wasser siehst, solltest du handeln und das Wasser mal austauschen.